Musik Micky, bist du bereit? Ja, warte, ich schreibe X4, okay? Äh, X3 ist es. Ja, X3. X3, Digger, wir sind noch nicht so weit. Hab ich, ja, keinen drauf. Die sind schon bei der vierten, ne? Chili und Chili. Komm drauf. Hi. Hier bei eurer vierten, hier jetzt bei der dritten. Willkommen. Okay. So. Ja, Micky, war schlau, dass du die andere Chest unter dem Ofen platziert hast. Ja, deswegen, bau den Ofen ab. Mann, ey, ich hab da gerade 19 Eisen reingehauen. Spaß. Das ist eine Ablenkung. Ist eine Falle. Sollen wir noch ein paar Fallen bauen? Die sind nicht erlaubt, oder? I don't know. Ich glaube ja. Ich glaube ja. So haben wir so eine Stegi-Falle da. War das Stegi im Nether? Ja. Stegi waren da. Nee, das war 2. Aber Spawn-Trap ist verboten, ne? Ich denk's mal. Yolo. Ja, moin. Über diese Leute, die nix wissen, ey. Ist echt so, ey. Mann, ey. Brauchen wir noch Kohle? Äh, nee. Wir haben noch 2,5 Stegs im Deck. Dann lass ich das erstmal hier sein. Ja, moin. Ja, moin. So. Ich geh mal einmal hoch und hol ein paar Seeds. Dann mach ich hier die Farm auf. Dann eröffne ich die Farm-Saison, Leute. Nice. Nice. Oh, moin. Wie weit ist es denn bitte nach oben? Ich hasse Farmen. Ich auch, aber das ist so gerade unsere einzige Namensschule, die wir noch haben. Hey, komm, 101. Ja, moin. Ja, wer hat das geschrieben? Nein, hab ich jetzt gesagt. Also. Gegen die. Ja, komm, komm. Die sind wahrscheinlich schon Full-Dia, Inezer unterwegs. Ich hab die Spiele. Oh. Weichen erstmal 15 Seeds für den Anfang? Ja, ja, easy. Okay, okay. Dann hol ich noch ein bisschen Erde. Die brauchen wir auch. Die sind, glaub ich, auch in der Kiste, oder? Äh, nee, nee. Wir haben kaum noch Erde. Die brauche ich ja auch wieder zum Zubauen des Loches. Wenn ich das Loch überhaupt wiederfinde. Oh, ihr habt da. So. In der Kiste waren ganze zwei Sagen- und Wunge-Erde-Stücke. Hey, nicht so viel. Ey, soll ich uns eine Dia-Hacke machen? Nein. Du hast keine Dia. Bringt doch absolut gar nichts. Oh mein Gott, ey. Ich lege mir die Kompikschreiben. Wir haben so viel Diamanten, wir können schon eine Hacke rausmachen. Echtig. Reads, boys. Mit ganz viel Z. Ich mach dann mal die Farben auf. Naja, mach dann. Dann kann ich mir auch endlich einen Wassereimer holen. Jawohl. Bab. So. Boah, die Picke noch kaputt, dann komm ich hoch. Es sind so gefühlt meine Hundertste heute. An der Stelle. Ja. Man muss sich halt auch ab und an einfach mal gönnen, ne? Ah ja. Mit der krassen Steinpeker am Start hier. Aber ich mein, Charo ist ja auch einfach Gönnung pur, ne? Er kann Varo einpacken. Digga, hä, so war... Och nee. Den Sieg ist es hier unten zu dunkel. Die wollen davon nicht. Na, belasten. Da muss ich mal gute Fackeln holen. Hast keine Kohle mit? War kein Holz, war? So wollen wir das auch. Wir haben kein Holz mehr. Ja, ich hab... Ich glaub wir kein Holz mehr haben. Ich hab noch 6 im Inventar. Ja, nee. Wir haben jetzt noch ganze... 6... Ne, 3. Ich geh gleich mal hoch und farme was. No. Ich hab halt auch nur noch ein Fleisch. Warte, da hab ich noch genug im Inventar. Als ob du eigentlich rausgeholt hast. Rich boy. Warte, wie komm ich denn hier wieder hoch? Juhu, 19 Fackeln. Ja, ich geh noch ganze Sieben von geben. Eins, neun. Ich hab 18 Fleisch. Alter, du bist ja richtig reicher. Ich hab ein Knochenmehl, wenn du brauchst. Ja, hab ich auch. Ich hab das Skeletti-Wetti getötet. Okay, langsam reicht es, ne? Ja, find ich auch. Wer hat hier denn zugebaut? Ach, du warst das. Ja, moin. Ja, sorry, mate. Ähm, Eisen brauchen wir nicht brauchen wir nicht. Ich brenne mal das Eisen. Miki, da bist du ja wieder. So, hier Holz. Oh, danke. Haben wir noch irgendwie Eisen übrig? Ja, Eisen haben wir an der Stelle auch genug. Dann mach ich mal ne Axt da raus. Äh, ich hab Kohle und so. Ja, ein bisschen. Ah, was? Ich mach mal schon mal Bonemehl, dass ich da schon mal ein bisschen Weizen rauskriege und wieder pflanzen kann. Wird sonst ein bisschen kneppig. Ich bin ja eh hier der Farmer, ne? Der Farmer, Digga. Ich bin Farmer, geboren auf dem alten Mecki Kühe. Ich bohlt erst mal Holz genug hier ab. Ich und mein Holz. Alter, Maul. Holz, sie, Holz, sie, Holz. Ich hab mein Holz. Ich hab mein Holz. Okay. Ich bin mir schon reise. Hä, wo hast du das Fleisch getroppt? Ah, warte, jetzt hab ich mir den Tag. Hier. Warte mal, hey. Hier. P-Mate. Ja, 10. Damit komm ich weit. Damit komm ich erst mal weit. Ich bin da wieder unten. Tschüss, Schätzchen. Ejo. Ich sollte diese Hülle echt mal anders bauen. Ich stoß mir immer mit dem Kopf vor ein. Das tut weh, wa? Ja, als ob der nicht schon so dick genug wäre nach diesem harten Arbeitstag in dem Computerladen. Ich mein, wir haben eigentlich die ganze Zeit YouTube-Videos geschaut, während eben ein scheiß PC von so einem Rentner wieder ein Update gemacht hat. Aber nein, gut. Juhu, kam ernsthaft so einer rein? Ähm, ja. Also mein PC geht nicht mehr an. Ja, äh, wieso, wieso das denn? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Er guckt hinten drauf, war der Schalter beim Netz dann einfach auf ausgestellt. Nein. Nein. Hätten wir den PC da behalten, hätten wir den 10er mitnehmen können. Aber wir haben einfach mal so vor Ort eine Reparatur gemacht. Nein. Richtiger Randewecker. Bogen, ne, oder doch nicht. Oh mein Gott. Soll ich noch ein bisschen Essen holen? Das ist mega. Ja, alter Faltero. Das nenne ich mal Hardcore. Creeper. Wie? Hi, moin. Oh, hier kriegst du auch null Essen, ey. Oh, hier arschend. Wir brauchen auf jeden Fall Fire-Aspekt. Für sofort gebratenes Fleisch. Ja, ist echt so. Wir machen den Mac-Ess in Charo. Wie ein Bogen. Ich verstehe auch nicht, warum ein Angel verboten ist. So voll vorteilhaft im PvP. Ja. I don't know me. I don't know. Und das sieht sick aus. Ich spiele halt die ganze Zeit mit dem Darkgang-Pack. Keine Ahnung, wieso. Ich habe damit einfach die letzten Tage immer gespielt. Und jetzt habe ich... Jetzt ist da einer von hinten kommt, ne? Ich bin so RIP. Ja, ich auch. Ich baue gerade Lava-Se frei. Ich habe hier eine Höhle gefunden. So eine richtige, richtige Höhle. Reicht ein Stack-Holz? Okay, jo. Digga, kann ich jetzt mal? Danke. Bin gleich wieder am Spawnen. Also. Ja. Also meine Höhle war jetzt nicht gerade sehr ewig. Nicht gerade mal weiter. Enderman sollten killen. Das ist dir überlassen, Miki. Wäre gut, wenn wir eine EP hätten. Wozu? Damit wir dann noch den EP-Schaden kassieren, wenn wir los sind? Nee. Enderman ist weg. Hat ein dummer Wichser. Du musst einfach Wasser unter den Playsen. Das ist lustig. Der portet der sich überall hin. Ja, aber immer wieder zurück ins Wasser. Der portet sich dann weg. Kriegt Schaden. Kommt wieder. Portet sich wieder ins Wasser. Kriegt nochmal Schaden. Portet sich wieder weg. Und das Ganze bis er tot ist. Noi. Ja, moin. Richtig dummer Kerl. So, das haben wir hier. Welches Level bist du? 10, 11. Als Orb. Du? 20. Als Orb. Peretson hast du denn bitte abgebaut. Richtig viel. Ich glaube, ich bin nicht mehr zurück. Das wäre ziemlich beschissen. Das sagst du mir hier. Was ist irgendwie so. Diese Baum wieder kenn ich doch. Hast du irgendwas zugebaut wieder? Ah, ich hab's glaube ich. Ja. Der Baum. Den kenn ich. Das ist mein Freund. Miki schießt. Freundschaften mit Bäumen. Yes. Yes, indeed, mate. So, wir haben noch ein bisschen Fleisch. Eisen. Komm, wir machen jetzt mal den Paluten hier. Ein bisschen PvP-Action-Schmeckchen wäre schon ein bisschen P-Diesel-geil. Alle. Oh, mate. Also, ich weiß auf jeden Fall, was ich machen würde, wenn jetzt hinter mir einer kommen würde. Der wäre nämlich instant gefickt. Weglaufen? Ne, ne, der wäre instant gefickt. Ich hab nämlich Lava-Pot auf 10. Würde ich mich einfach umdrehen, den in Lava setzen und wegrennen. Dann wäre der RIP. Da kommen die Tactics. Ja, ja. RIP, mate. UAC-Player for so win. Ich hab nochmal Lapis übrigens, also. Ja. Ciao, das war eure letzte Folge für heute. Wir können noch circa 30 Minuten. Oh, Mann. Vor allem, es waren ja wirklich schon welche in der Sonne. Ja, ja, ich hab's gelesen. Haben schon Festungen gefunden und so. Ich sag dir, wenn die die Blaze-Borner abgebaut haben, sind es die größten Huren-Söhne der Welt. Ich hab's doch sowieso. So ein bisschen Essen. Ah, wobei, wir dürfen ja hier eh keine Stärketränke machen. Ich hab mir erst mal so... Hätte der das nicht geschrieben, ne? Ich hab mir so einen auf den Stärketrank gefickt. Was ist denn nur erlaubt? Heilung und Gift, ne? Heilung und Schwäche. Ah, ja, genau. Schwäche. Stimmt. Oh, mein Wasser ist weg! Mate! Oh mein Gott, fast würde ich verbrennen. Apropos Wasser. Erstmal noch einen Eimer machen. Oh mein Gott! Okay, Licht ist in der Höhle. Allerdings Lava genauso. So. Ah, scheiße, ich hab kein Wasser mehr. Mein Wasser ist flöten gegangen. Die Lava hat mein Wasser genommen. Guck mal, dein Weg eben runter. Hast du ein Wasser-Eimer dabei? Nee. Hast du ja eine unendliche Wasserquelle? Ja. Ja. Oh mein Gott! Soll ich zwei Wasser-Eimer machen? Ja, ja, mach zwei. Ja, hab ich. Bist du denn? Oh, das ist ja sick. Guck dir einfach den Gang durch. Bis zu der einen Höhle, wo Lava schon zu Obsidian wurde. Okay, gut, gut, gut. Ich komm dir mal entgegen. Oh, da ist ein Creeper gespawnt. Ficken. Weiß nicht, woher komm ich? Da, hierher. Ich seh nichtmals deinen Namen, Miki-Lama-Arsch. Bist du? Hat er mir gar nicht mehr am Kömpfen. So, jetzt bin ich hier da im Weg runtergegangen. Glaub ich mal weiter, geradeaus. Da ist nichts, also muss ich nach rechts. Mate, wie kannst du dich in so einem Gang verlaufen? Einfach nur die Treppen runter, ne? Seh dich doch, du. Hoi, Miki! Du brauchst Wasser? Ja. Du brauchst Essen? Nein. Komm her. Ja, moin. Falscher Weg. Den Block bitte nicht abbauen. Der Lava, hinter. Nein. 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 Scheiße. Nein, nein. Unten. Hier unten. Ja, hier unten durch meinte ich. Ah. Ey, Leute. Oh. Oh mein Gott. Warte, geh mal weg. Ah. Ah. Fuck, Alter. Okay, dann. Gott, die OP. Gott, die OP. Miki, die OP. Mäuse, Gott, die OP. Eisen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ja. Obwohl, wir brauchen Schwerter. Ja, stimmt. Und Ambers halt auch noch. Ja, ja, genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Ui. 4 Minuten 40. Was war das wirklich? Hä? Das hat vorher gequietscht. Hört sich an wie ein Furz, man. Hä? Ah. Hast du gefurzt? Nein, hä? T-Shirt. Ich hab' reinges gehört. Come on. Hä? Ah. Das muss das mal erklären. Man hört dem T-S-Nosom. Wahrscheinlich war's da im Gaming-Stuhl. Oh, man. Guck mal, ich grab drei Blöcke nach rechts. Zack, wie deine Eisenader. Ähm, wo mein' hierher? Lava! Oh, man. Man. Du kannst das Rippen ein. Ja, haha, moin. Alter, wir haben so wenig Gears, ne? Ist halt echt so richtig. Oh, wenn man vom Teufel spricht, nu. Warte, lass mal einen abbauen, warte. Das sind richtig viele. Nice. Warte mal, auch weil sonst kein Lava drunter ist. Nice, mate. Hier, nehm' du die mal. Warte, R oder so. Wir haben auch noch oben zwei, ne? Ah ja, wir haben jetzt zehn dann. Dann müssen wir jetzt einen Chunk weitergraben. Säger einen Chunk. Der, you were a cheap player, an der Stelle, ne? Ah, warte mal. Spielst du auch normales? Oder spielst du mit Speed? Äh, sowohl als auch. Ein Fackel. Ah, sowohl als auch. Hast du Eisen dabei? Ne, doch. 11, aber der ist ungebraten. Ah, ich hab noch ne Picke für dich. Hier. Redstone. Redstone ist Tool. Den brauchen wir für unsere Falle. Oh, der wird die Mickey-Maus zum Tiger. Soll ich ihn in die Länge graben und du ihn immer so auswählen? Ja, genau. Soll ich hier nicht zu viel Zeit verlieren. So, Redstone. Braucht gleich ab. La, 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 la. La, 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 la. So. Eine Minute noch. Ja, man. Ich höre aber, das ist von mir. Oh, ich höre oft Zombies, das scheint wieder in der Höhle zu sein. Ja. Ja! Ja, 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 ja. I'm so right. Du, nicht sterben. Aber wir sind genau unter dem Lavasee, wie immer. Wann sind wir das mal nicht? Okay, jetzt bin ich auf gleicher Höhe. Ich setze den Wassereimer. Gut, die Lava ist weg, jetzt noch den Zombie-Killen. Noch Emo-Zombies? Nee. Ah, das ist eine Pisshilde. Wieder nur Eisen und dann geht's da hoch, alter. Äh, warte mal, nimm mal das Eisen mit aus unserem Ofen da. Ich mach das kurz. Redstone. Burgekrieg, ja moin. Ja, moin. Und. Ja. ...